In diesem Video zeigen wir dir die Bedienung und die Besonderheiten des Chronographen. Als Chronograph oder Chrono bezeichnet man eine Armbanduhr, die eine Stoppuhrfunktion hat. Das können Quarzuhren sein oder auch Uhren mit Automatikwerk. Automatikkronographen sind wahre Wunderwerke der Feinmechanik, die pfleglich behandelt werden wollen. Dazu gehört übrigens auch, die Drücker nicht unter Wasser zu betätigen. Und so bedienst du einen Chronographen. Stoppuhr starten. Stoppuhr stoppen. So setzt du die Zeiger zurück. Bei Ronda-Chronographen kannst du zudem mit dem unteren Drücker Zwischenzeiten stoppen. Sobald du die Zeit abgelesen hast, springt die Stoppzeit wieder zur korrekten Position vor und läuft weiter. Wie lange du maximal stoppen kannst und in welchem Hilfsziffernblatt was angezeigt wird, unterscheidet sich dabei von Uhr zu Uhr. Bei unserem Iron-Any-Bauhaus-Chronograph stoppt der große Zentralzeiger die Sekunden. Im oberen Hilfsziffernblatt werden die Minuten gestoppt und im unteren die Stunden. Das Hilfsziffernblatt links zeigt die Sekunden der aktuellen Uhrzeit an. Bei vielen Chronographen geht die Skala des Minutenzählers nur bis 30. Ein Blick auf das Stunden-Hilfsziffernblatt gibt Auskunft, ob man sich in der ersten Hälfte der Stunde befindet oder in der zweiten. Bei diesem Beispiel hättest du 4 Stunden, 39 Minuten und 51 Sekunden gestoppt. Hier noch eine wichtige Einstellung. Sollte einer oder mehrere Zeiger in der Ruhestellung nicht genau auf der Nullstellung stehen, kannst du das selbst korrigieren. Wie das genau geht, steht in der Bedienungsanleitung deiner Uhr, aber hier das Ganze einmal im Schnelldurchlauf. Krone in Stellung 3 herausziehen, beide Drücker gedrückt halten, bis die Uhr in den Korrekturmodus schaltet und dann mit dem oberen Drücker die Feineinstellung vornehmen. Mit dem unteren Drücker bestätigst du die Einstellung und schaltest zum nächsten Zeiger. Sobald alles passt, Krone reindrücken, fertig. Wie immer findest du alle Informationen auch in der Bedienungsanleitung, die auch auf unserer Webseite heruntergeladen werden kann. Viel Spaß mit deiner Uhr!